Warte, ich bin es. Hier, nimm. Wow, ich werde dir die Zähne heilen. Oh nein, ich habe Angst, du es nicht. Meine Zähne tun weh. Lass uns besser Elli die Zähne heilen. Was? Lass uns besser Elli die Zähne heilen. Genau. Fertig, alle Zähne sind gesund. So schnell und einfach. Jetzt will ich auch Zahnarzt sein. Setz dich. Ich bin fertig. Deine Zähne sind viel größer als die von Emily. Ich brauche anderes Werkzeug. Ich bin fertig. Warte, ich habe nur Spaß gemacht. Deine Zähne sind gesund. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Was? Ich habe nichts verstanden. Ich habe Durst. Ah, Durst. Komm. Danke. Es klappt nicht. Ich will auch jemanden die Zähne heilen. Hm, aber wem? Komm mal mit mir. Was für ein Karies. Diesen Zahn müssen wir entfernen. Wir müssen einen neuen Zahn einsetzen. Und jetzt heilen wir den Karies. Wir müssen eine Füllung machen. Aha. Hurra, wir haben alle Zähne geheilt. Schau mal, der hat viele Zähne. Lass uns spielen. Okay. Wir müssen nacheinander auf die Zähne drücken. Das Krokodil hat dich gebissen. Hm, also hast du verloren. Tut nicht weh. Wir spielen weiter. Ich habe verloren. Schon wieder verloren. Und noch einmal. Okay. Tschüssi, tschüss. Gib uns ein Like. Und schau dir das nächste Video an.